Frage ist, wie komme ich hier rein? Wahrscheinlich gar nicht, okay. Dieses Spiel, ey. Das Spiel macht es einem nicht leicht. Natürlich, war hier ein Feenbrunnen, also eine große Feenbrunnen, perfekt. Perfekt. Okay, okay. Da komme ich noch rum, okay. Dann schauen wir uns das doch mal an. Da ist auf jeden Fall ein Strudel, den ich auch nutzen kann. Das ist ja gut. Oh, stimmt. Ich bin ja wieder auf vollem HP. Da war was. So. Ach komm, ich jetzt. So, was haben wir hier in der regulären Höhle? Okay. Okay. Ja, danke. Um dir die Wahrheit zu erzählen. Ich war immer ein Thief in der Welt. Einige meiner fellowen Thiefen fanden, weil sie Angst haben, um ihn zu getroffen zu werden. Einer von ihnen war ein Master Locksmith, aber jetzt ist er schrecklich, dass er ein Thief war. Bei pretending to be a strange middle-aged guy. Hahaha. Ja gut, den habe ich schon gefunden. Ich weiß noch nicht, wo ich mit ihm hin muss. Aber danke, dass du den auch normal ansprichst. Okay. Gehen wir erst mal hier rein. Feenbrunnen. Ja, okay. Dann heilen wir uns mal wieder. Das Spiel könnt ihr auch mal Klartext reden. Nee, das wäre zu einfach. Klartext reden wäre zu einfach. Das geht nicht. Äh, okay. Äh. Oh, äh, doch. Klar, ich bin drauf. Wow. Link, did you know that if you destroy frozen enemies with a hammer, you will often get magic decanter. Aha. Sehr interessant. Das war's. Ich sag dazu nichts. Ich sag dazu einfach gar nichts. La-di-da. So. Hallo? Kann ich die nicht nutzen hier? Ich war da fünfmal drüber und hab jedes Mal die A-Taste geämert. Aber nischt wahr. Äh, was hab ich jetzt eigentlich hingebracht? Dahin. Okay. Oh, vier Bomben. Nice. Wollte grad sagen, gibst du mir vielleicht ein Herz? Nein, natürlich nicht. Wie raucht so einfach? Äh, falsche Taste? Komm ich da ran? Nee. Oh. So komm ich da ran. Wusst. Wusste ich. Ähm. So. Was haben wir hier? Wer oder was bist du? Oh hey. Na. Ich kaufe mir mal mein Schild zurück. Ich hoffe, hier sind nicht direkt wie der Gegner, äh, mit dem Schild klauen. Okay, Gegner sind hier. Versteckten in den Büschen. Nee, 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 ey. Äh. Das lässt sich nicht heben, aber der lässt sich heben. Ja. So. Die Frage ist, muss ich da, muss ich hier runter? Äh. Beziehungsweise will ich da hin? Ja, komm. Gucken wir uns hier mal um. Gucken wir uns hier mal um. Und dann schauen wir mal. Und dann schauen wir einfach mal, ne? Hm. Und dann schauen wir uns hier mal um. Okay. Ne. Sie sah ein bisschen verdächtig aus, aber offenbar ist da nichts. Na gut. Oh. Du siehst sehr verdächtig aus. Zu spät? Zu früh. Aber wahrscheinlich bringt das eh nichts. Das, ich glaube, das wäre ein bisschen zu spezifisch. Spiel geht jetzt nicht so mit Herzen. Ja. Aber gut. Was sagst du mir eigentlich? Ich habe da Bomben reingeworfen und du hast nicht darauf reagiert. Hm. Dann versuchen wir es mit was anderem. Wie wäre es, wenn wir da einen Schäden reinschmeißen? Ah. Das mag ich nicht. Es ist auch sie. Was ist es du, der mich verhörst du mein friedlichem Map? Ich werde das dir geben, wenn du wegst. Ah. Nice. Der letzte Spell. Das ist die Quake-Medallion. Its magik aus dem Boden zu schicken. Es schlägt mich bei den Enemern. Okay. Wir haben damit alle drei Spells. Ähm. Ja. Äh. Ich kann den Catch-Best schon verstehen. Ich hätte auch keinen Bock auf den Typen, der mein Haus mit Bomben überwirft. Auf die Bomben hat er ja nicht mehr reagiert. Ich hätte erst reagiert, als das nur so ein oller Schädel war. Äh. Naja. Passiert. Oder so. Ähm. Ja. Das Wort eigentlich nicht, aber hey. Gucken wir doch mal, wo der Seeweg mich so hinführt. Wieder hier hin. Ja Mensch, wer hätte es gedacht. Wir kommen wieder zurück. Ah. So. Yay. Ein einzelner Rupee. Ein einzelner Rupee. Hm. Hm. Okay. Da können wir nicht rüber. Ja. Und jetzt sind wir halt wieder am Schloss, ne? Ich bin marginal irritiert. Ich bin marginal irritiert. Okay. Also ich vermute, dass wir tatsächlich über die Light World, äh, irgendwo hin müssen. Und dort dann einen Teleport in die Dark World finden, äh, um dort dann einen Teleport in die Dark World zu nehmen, um weiterzukommen. Und deswegen gehen wir hier jetzt mal über die Brücke. Und dann schauen wir mal, ob wir hier nicht irgendwie was, äh, portaliges finden. Finde ich was Lochiges. Okay. Hm. Große Fee. Gut. Nämlich. Ansonsten war das jetzt eher wie niederspannend. Oh. 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 Dumme Biene, ey. Oder Wespe, oder was auch immer du bist. Dummes Stachelinsekt, so. Ich renne auch immer wieder in diese Scheißbombenboden rein, ne? Wäre auch ein bisschen offensichtlich, aber man guckt halt trotzdem mal nach. Und hier drin war, glaube ich, auch kein Teleport. So, Agrovis-Fiecher ist wahrscheinlich eher eine Vespe. Ja, stimmt wohl. Ne, da ist auch nichts weiter. Vespe, Drecks-Fiecher. Amen. 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 Und an sich darfst du sie ja mittlerweile nicht mal mehr töten, weil sie unter Naturschutz stehen. Das heißt, wenn so ein Wespenschwarm sich ein Nest irgendwo bei dir gebaut hat, musst du da lassen. Sind wir mal so verzweifelt gekommen? Ja, äh, 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 erzähl mir meine Wurzeln. Am populärkend, aber, äh, 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 äh. Äh, 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 äh. das ist und beim schmiede shop und beim schmiede shop ich würde ich gerade ich habe so funktioniert das hier nicht richtig ich glaube so funktionen das ist auch keine da waren wir schon drin, das weiß ich in dem Haus waren wir da war eh nix ja, ja, okay, I'm well and truly lost okay einer von euch beiden im Chat macht euch selbst aus wer darf mir einen Tipp geben wo man hier sinnvoll jetzt weiterkommt wobei wahrscheinlich eher blechert die weil August hat Vanilla noch nie durchgespielt und kennt nur Randos er sagt ja, ja, glitsch dich jetzt einfach da durch und dann passt das schon genau ach ja natürlich, ne ihr müsst nicht, wenn ihr sagt nö, wir wollen nicht verzweifeln sehen dann ich weiß halt trotzdem, wie du weiterkommst du meintest vorhin, da komme ich noch nicht rüber wo meinte ich vorhin, da komme ich noch nicht rüber ich weiß doch nicht, was ich vor drei Minuten gemacht habe seid ihr wissen, was ich vorhin gemacht habe also bitte also wenn du mir noch den Ort nennen könntest, das wäre schon super hexen aus der dark world, okay, okay damit kann ich was anfangen da weiß ich, wie ich hinkomme immer kein wei, weil wei, wei und noch ein wei gleich mal wei und dann es tut da willst du nicht schicken, ich hätte dich zu einem anderen Weg erkehrt streitig im chat okay ich bin schon wieder runtergesprungen warum mache ich sowas warum tue ich dumm warum tue ich dummes Zeug ah, wait und da dann wahrscheinlich die äh, die kaputte Brücke, ne wahrscheinlich habe ich zu der gesagt, dass ich da noch nicht rüberkomme und, ah, okay hier ist, ja, okay natürlich ist da ein Enterhaken-Ziel, ne äh, okay das hatte ich tatsächlich so einfach nicht gesehen, weil ich nicht so weit nach links gegangen bin okay oh nice die hätte ich gern hallöchen ah hätte ich den Erzjob früher registriert, dann hätte ich die für meine Flasche eingefallen naja passiert okay, Stunlock oh, hier ist jetzt nichts na gut dann halt nicht pfh wir sind 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 wir sind